Die Spielmannschaft, Schöno Passo Kaseko, wir sind Führung, erfolgreich Jakob. Jungs, Attacke, Mann! Karl, du musst deine Mannschaft richtig anfeuern da, du bist zu leise. Hier wird man gespielt mit Bundle, das ist sehr schön, wenn der Ball auch mal im Feld bleibt. Wir sind ja live, wir haben ja Nachspielzeiten, wir sind ja zur zweiten Halbzeit des Deutschlandspiels, das ist klar, ey. Was? Hier aber nicht, Herr Rittmann. Ausgleich, gut gemacht. Ich bin ja wohl schüttelnd, wo ich sehe, die Spielmannschaft ist. Tönnen! Tönnen! Nix, nix da! Noch mal! Nix! Mann! Hau ab, Hau ab, Hau ab, Hau ab! Hau ab, Hau ab, Hau ab, Hau ab, Hau ab! Spiel dabei, Spiel dabei! Heim! Vorsicht auf Platz 1! Stürmer, Mann! Musik Du musst auf dich aufmerksam machen, red mit ihm. Zwei-zu-eins-Führung, erfolgreich, der Spieler mit den anderen zählen, Klobias Pekula. Ja, nein, spielt beide, spielt beide, jawohl, spielt beide, spielt beide, jawohl. Jonas, spielt wieder mit Kevin, ja? Spielt ihr wieder beide, spielt ihr wieder beide, komm. Kevin, vorsichtig, spielt beide. Wunderbarer Spielzug von Jürgen Schmöld, heute erfolgreich, hier in der Tagesplanung, Klobias Pekula. Bravo, Junge! Einmal Fuß vor Männer! Jawohl! Beispiel 2 zu 3, die Spielegemeinschaft, Sögo, Paso, Casucor, eins gleichaus. Torschützel mit einer Nummer 2, Kaitan Stanchak. Torschützel mit einer Nummer 3, 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 Kaitan Stanchak. Tiefen, tiefen! Tiefen, tiefen, tiefen! Ja, spielen, heute noch! Auf Platz 1 treffen sich Blau-Weiß-Weiß-Gas und sie spielen heute Abend für Sto Verra. Ja, wir sind noch am Spiel, wir haben eine Minute, wir haben einige... Macht Händen! Alter, habt ihr Valium genommen oder was? Platz 1, ihr habt Zeit... Achso, wir haben noch eine Minute auf. Platz 2... Wir haben eine Verletzungsunterbrechung, Herr Zawowski, da müssen wir nachspielen lassen. Ja, ihr seid immer im Verzug, wir kennen das, wir warten sehr gerne. Platz 2... Du darfst, halte deine Jungs warm, geht gleich los! Abstoß, raus aus dem... Also, ey, haben die heute alle was genommen? Jawohl, Junge, kommen wir in den Köpfe rein, wir sind besser, kommen wir nicht!